Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial, wie ich mir eben ein kleines Large Language Model offline auf meinem Rechner installiere und dort genauso ausführen kann, wie eben als SaaS-Lösung bei OpenAI, JetGPT oder ähnliches. Wir haben ja in den letzten Wochen förmlich eine Revolution erlebt, jeden Tag kommen neue Models raus, sind noch leistungsfähiger, JetGPT hat eigentlich alle Rekorde gebrochen und erste Vertreter der Branche sprechen von einer teilweise generalistischen KI, wobei ich finde, das ist noch ein bisschen früh, auch wenn wir da bestimmt irgendwann hinkommen. Und natürlich hat OpenAI einen riesen Run losgetreten, alle anderen großen Konzerne von Google über Amazon, Meta, jeder veröffentlicht jetzt seine KI, teilweise auch ein wenig zu schnell. Google hat plötzlich sein ganzes Ethik-Team rausgeschmissen, das eben noch geraten hatte, ein wenig zu warten. Und ja, in der Tat stellen wir natürlich fest, dass es hier um eine regelrechte Wissenrevolution geht, also ein Stückchen weit Paradigmenwechsel von der Informationsgesellschaft, die wir übrigens in Deutschland noch nicht immer erreicht haben, hin zur Wissensgesellschaft von morgen. Und natürlich der Demokratisierung von Wissen, so viel von meiner Seite dazu, mit all den Risiken, die dabei sind, denn es wird natürlich für viele Jobs sehr problematisch, angefangen vom Webseitenprogrammieren, aber auch einfache Python-Scripts, also klassische Coder-Aufgaben, kann ich mittlerweile selber machen. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht ganz so fit bin in der jeweiligen Programmiersprache, ich kann mir Texte schreiben lassen, Dinge zusammenfassen lassen, Chatbots entwickeln, aber auch mit anderen Modellen wie Stable Diffusion, Midjourney, DALI und vielen anderen großartige Bilder generieren. Ich kann damit Musik machen. Wir haben selber gerade erst ein Model entwickelt, das einem hilft beim Komponieren. Es gibt Gesangsmodels. Es gibt unglaublich viele Dinge in diesem Bereich, wo ich eben generativ Dinge erschaffen kann. Und richtig spannend ist natürlich dieser Aspekt, jetzt zu schauen, inwieweit wir diese Large Language Models eben auch lokal auf einem einzelnen Rechner laufen können, ohne eben jedes Mal Internetverbindungen mit OpenAI aufnehmen zu müssen. Stanford Alpaca ist das erste Modell. Es ist ein Lama, Large Language Model, was da trainiert wurde. Und zwar ein eigentlich ursprünglich sehr großes, was aber runtergedampft wurde auf 52.000 Datensets, um das Feintuning zu machen. Und natürlich war es ursprünglich ein 7 Milliarden Token File, also doch ein relativ großes Model, das jetzt runtergedampft wurde. Es ist eigentlich ein Text DaVinci 003, also ein GPT 3.5 Model, das trainiert wurde. Und das eben in dieser Form als quantisiertes Model, mit einer 4-Bit-Quantisierung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eben dann auch lokal auf einem Rechner laufen kann. Im selben Zuge kamen natürlich jetzt noch viele andere Models raus. Heute kamen wie Kuma noch raus ein Model, was leistungsfähig sein soll, wie GPT 4. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert. Was ich jetzt aber euch empfehle zum Installieren, weil es extrem einfach zu installieren ist, ist das GPT4ALL von NOMIC AI. Das ist ein relativ kleines Model, gerade mal 4 GB groß. Heutzutage gibt es nicht einmal mehr SD-Karten, die nur 4 GB größer haben. Ich glaube, es fängt heute bei 8 GB an. Also wirklich ein kleines Model, was trotzdem extrem leistungsfähig ist, sehr stark an GPT 3.5 erinnert. Und natürlich dadurch mir schon all die wichtigen Dinge eben auch offline bieten kann und die ich dann auf einem normalen Rechner laufen lassen kann. Ein normaler Rechner natürlich ein Anführungszeichen. Er sollte schon eine schnelle Grafikkarte haben und er sollte, ja zum Beispiel ein M1 ist optimal, weil dann ist auch der Textoutput entsprechend schnell. Weil ansonsten dauert es wirklich extrem lange. Wie installiere ich mir das Ganze? Zuerst gehe ich auf die GitHub-Seite von NOMIC AI. GitHub.com slash NOMIC minus AI. GPT4ALL ist die Adresse. Und da ziehe ich mir erstmal den kompletten Code runter. Das ist aber jetzt erstmal, ich sag's mal, die Verpackung des Ganzen. Das eigentliche Model müssen wir dann separat runterladen. Da habe ich zwei Varianten, wie ich das jetzt hier runterlade. Einmal als Zip-Download. Einfach den kompletten Ordnerinhalt runterladen. Dann anzippen. Im Verzeichnis dort, wo ich es haben will. Oder eben hier diesen Link zum Klonen ziehen. Und dann als nächstes mein Terminal aufrufen. Ah, da läuft auch bereits was. In das Verzeichnis gehen, wo ich mir alles reinkopieren will. CD, chat, äh nein, GPT4ALL. Ups, da bin ich ja noch gar nicht. So, CD-Documents. GPT4ALL. So, müsste leer sein, das Verzeichnis. Gut. Dann gebe ich die Zeile ein. Git, Leerzeichen, Clone. Und dann die Zeile, die ich kopiert habe, die Adresse. Und schon wird mir dieses ganze Repository geklont. Wenn ich jetzt mein Listing aufrufe, stelle ich fest, hier ist ein neuer Ordner. GPT4ALL. Ich mache den mal auf und sehe, hier sind die ganzen Dateien. Gehe in den Ordner Jet. Und dort sehe ich bereits meine vier Models. Eins zum Starten auf einem normalen Intel Mac. Auf einem M1 Mac. Dann auf einem normalen Linux Rechner. Also zum Beispiel Ubuntu. Und dann eine Windows Variante. Was ich als nächstes tun muss, ist natürlich mir das eigentliche Model runterladen. Wie gesagt, circa vier Gigabyte groß. Das Model finde ich hier unter dem Direct-Lin-Link und kann mir dieses Model runterladen. Einmal das standardisiert quantisierte Model Checkpoint. Es gibt auch noch ein Secret-Unfilter-Checkpoint. Da sind natürlich die Antworten teilweise fragwürdig. Ich hatte es gerade selber auch ausprobiert. Da bekomme ich natürlich auch Antworten auf Fragen, die man normalerweise wegfiltern würde. Weil man sagt, könnte ja auch kriminell oder sonst wie genutzt werden. Also das ist wirklich komplett ungefiltert. Und da kommen wirklich alle Outputs raus, was sich auch immer fragt. Zum Experimentieren ist es auf alle Fälle eine feine Geschichte. Ansonsten, wer hier nun mal sicher gehen möchte und auch vielleicht seine Kinder mal das GPT-Model ausprobieren lassen will, dann würde ich lieber diesen Link nehmen. Ich lade mir dieses Model dann runter. Sobald dieses Model fertig ist, muss ich mir das kopieren in meinen Ordner. Und zwar genau in diesen Ordner, wo diese Dateien sind. Ich habe das bereits getan. Ich gehe kurz in mein Verzeichnis. GPT-For-All. CD-Chat. Gut, und da sehe ich alles. Und jetzt rufe ich auf, in diesem Fall, mein Intel. Ich kopiere mir hier kurz dieses Programm und löse es aus mit Punkt Slash. Und siehe da, es startet. Und ich kann dieses GPT-For-All direkt verwenden, es fragen. What is an Alpaka and how to feed it? Und ich bekomme bereits eine Antwort. Ein südamerikanisches, kamelähnliches Tier, verwandt mit den Lamas und Kamelen. Und sie werden eben wegen ihrem wolligen, flauschigen Fell gezüchtet. Und to feed an Alpaka, you would need to provide them with hay, grass, grain, pellets, minerals, Vitamins, water and salt. Ja, dann mal write me a limerick about a cat called Bruno. Und hier können wir jetzt wunderbarerweise mal austesten, wie gut das Model wirklich ist. Denn wenn ich JetGPT 4 verwende, sind die Limericks schon extrem gut. Who loved to play with his favorite ball of yarn, would chase it around the house. Ja, da sehen wir auch bereits, der Limerick, der reimt sich nicht, so wie ein klassischer Limerick. Ich frage es gleich, another one. Oh, und in dem Fall, wir sehen, es ist in dem Fall nicht responsive zur ersten, letzten Antwort, sondern schreibt mir was über another one. Is a song written by Beatles. Gibt mir natürlich viele Auskunft dazu, aber Auskunft, die ich in dem Fall gar nicht will. Ich stelle fest, dieses GPT, was lokal läuft, ist natürlich nicht so leistungsfähig wie die großen Models, aber dennoch, ich kann damit Dinge tun. Write me a small Python program to sort numbers, prime numbers. Ja, und siehe da, ich bekomme auch eine Antwort. Interessanterweise bekomme ich hier zum Beispiel auf problematische Fragen eben keine Antwort, weil es ein gefiltertes Set ist. Das andere Set gibt mir eben, wenn ich das benutze, und das kann ich auslösen mit diesem Kommando hier. Das tue ich jetzt nicht online, denn ich will jetzt nicht problematische Dinge hier auf YouTube veröffentlichen, aber damit könnte ich, wenn ich mir dieses unfiltered Set geladen hätte, eben auch etwas fragwürdige Fragen stellen. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, mir natürlich ja auch ein Interface noch zu bauen, Python Client. Ich kann es natürlich als eine Web-App entwickeln. Das Model wird natürlich auch weiterentwickelt, aber viel wichtiger ist auch noch, dass ich dieses Model eben selber auch noch feintunen kann, auch auf eigene Daten trainieren kann, was natürlich auch eine super interessante Geschichte ist. Was das eigene Trainieren betrifft, sowas kann ich natürlich nicht auf meinem lokalen Rechner machen. Dafür brauche ich dann schon einen entsprechenden Server mit mindestens einer bis zwei bis vier A100-Karten, um wirklich viel erreichen zu können. A100-Karte irgendwas um die 10.000 bis 12.000 Euro, also wirklich teure, spezialisierte Karten. Damit lässt sich das machen. Ich kann mir natürlich aber auch in dem Fall ganz einfach Rechenzeit auf einer Envida-Cloud oder ähnlichen mieten und bin dann wahrscheinlich in dem Bereich um die 400 bis 600 Euro dabei, um ein durchschnittliches Dataset zu trainieren, aber dann eben mein Model auch sehr genau auf mich selber fein zu tun. Ich habe auch noch natürlich die Möglichkeit, in diesem Model viel einzustellen. Einmal die Temperature, also wenn ich eine relativ niedere Temperatur habe, sind die Antworten doch sehr akkurat und sauber. Je höher die Temperatur wird, desto mehr fängt natürlich mein GPT auch an zu halluzinieren, aber das kann unter Umständen ja auch interessant sein, gerade wenn ich zum Beispiel Inspiration haben will für Texte oder Ähnliches. Genau, soviel zu diesem Model. Ich habe jetzt dieses NOMIC-AI-Model ausgesucht, weil es eben besonders leicht zu installieren ist und auf allen Plattformen läuft. Ihr könntet euch natürlich genauso gut hier das Alpaka installieren oder das neue WIKUNA GPT einfach googeln. Hier, da ist es doch gleich. Hier, Feintuned Lamanet kann ich mir eben auch direkt runterladen. Das soll angeblich bis zu 90% Leistung eines klassischen GPT-4 haben, also quasi Chat-GPT-Qualität. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber mag gerne sein. Wurde hier eben auf entsprechend großen Datensätzen trainiert. Ich werde es mir mal installieren. Ist natürlich ein wenig umfangreicher von der Installation, aber ist schon sehr vielversprechend. Und auch hier sehen wir die Trainingkosten, hier in dem Fall für WIKUNA im Bereich um die 300 US-Dollar, sind für jetzt ein eigenes Set eigentlich durchaus überschaubar. Aber nicht vergessen, so ein Dataset entsprechend aufzustellen und das Training zu machen. Da brauchst du schon Zeit und musst viel Arbeit reinstecken. Zum Einsteig, wie gesagt, NOMIC AI empfohlen. Noch ganz wichtig, kommerziell würde ich darauf nichts aufbauen, denn ob das wirklich Open Source ist, ist fragwürdig. In dem Sinne, da natürlich auch dieses quantisierte Model trainiert wurde, mit Fragen und Antworten von JetGPT und letztendlich OpenAI genutzt wurde, um dieses Model entstehen zu lassen. Und da kann natürlich durchaus die ein oder andere lizenzrechtliche Frage aufkommen. Aber für den Hausgebrauch zu Hause ist es auf alle Fälle eine wunderbare Sache. Und wie gesagt, vor noch einem Jahr nicht vorstellbar, ein Model dieser Größenordnung, dieser Tiefe an Antworten, sich vorzustellen, in Form von vier Gigabyte des Wissens der Menschheit kondensiert auf meinem lokalen Rechner zu haben, ist schon ziemlich atemberaubend. So viel dazu. Die Wissensrevolution hat angefangen. Wir freuen uns, was jeden Tag Neues kommt. Wir müssen uns natürlich, und das vielleicht noch als kleiner Ausblick, ihr könnt, wenn ihr jetzt nur technisch euch das installieren wollt, jetzt ausschalten. Ich sehe natürlich hier wirklich ein Stückchen weit diesen Sprung von der Informationsgesellschaft zur Wissensgesellschaft von morgen, wo es natürlich wieder viele Disruptionen geben wird. Viele Jobs werden verschwinden, weil ich Dinge eben mit diesen Systemen machen kann. Und natürlich werden auch schon Systemfragen gestellt. Und die europäische Gemeinschaft möchte gerne jetzt auch schon, Es gibt eine erste Sandbox-Entwurfe, eine KI-Regulierung, die so weitgreifend ist, dass sie letztendlich sogar ganz normale Software ohne KI verbieten würde, weil sie als kritisch angesehen wird, hinsichtlich Datenschutz, aber auch hinsichtlich der Gefahr für den Nutzer und auch der Gefahr für die Gesellschaft. Ich denke, das wäre die größte Gefahr. Wir sind eh schon in Europa ziemlich weit vom Fortschritt weg. Würden wir uns da abschneiden, wäre es vorbei. Dann gibt es momentan, da es eben diesen Wettbewerb zwischen großen wie OpenAI, Google und anderen gibt, weil sich Dinge einfach regelrecht überschlagen, dass jetzt so eine Gruppe von ca. 1000 Data Scientists empfohlen hat, für ein halbes Jahr an die Entwicklung, an dieser Technologie einzustellen. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das sein soll, nämlich aus mehrerlei Gründen. Erstens, was bringt uns ein halbes Jahr? Die Diskussion innerhalb der Gesellschaft braucht mehr als ein halbes Jahr. Wir haben immer gesehen, dass die ethische Diskussion der technologischen Entwicklung oft um Jahre hinterhergehängt sind. Ein halbes Jahr ist ein absoluter Witz. Punkt zwei, werden natürlich andere Firmen, die sich da nicht dran halten, chinesische Firmen wie Alibaba, Baidu, Tencent, die alle KI entwickeln und auch große Language Model entwickeln, werden sich da natürlich nicht dran halten und dann gegebenenfalls hier vorsprungmäßig noch weiter nach vorne gehen. Insofern, diese Pandoras-Boxes auf, die kriegen wir nicht zu. Ich sage es mal so, als die erste Atombombe erfunden war, konnte man das auch nicht mehr zurückentwickeln. Und wir waren in einem natürlich sehr denkwürdigen Kreislauf. Ich finde den Vergleich jetzt von mir auch gar nicht so gelungen, Atombombe und KI, denn das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wir haben ja auch schon genügend dystopische Visionen, wie gefährlich KI für die Gesellschaft sein kann. Aber grundlegend gilt zu sagen, wir sollten viel eher darüber nachdenken, wie können wir diesen Wandel, der hier stattfinden wird, sozial machen, denn er wird alle Bereiche betreffen. Jeden Journalisten, jeden Coder, jeden Homepage-Entwickler, aber natürlich auch Künstler, Musiker. Wir haben ja selber eine Software entwickelt, mit der ich eben automatisch generiert, auch auf Text-Input oder auf anderen Input Musik generieren kann. Das verändert natürlich auch diese Branche. Es wird natürlich nicht Musiker per se verschwinden lassen. Ich glaube auch, dass die wirklich interessante Kunst aus der Mensch-Maschine-Kommunikation entsteht. Aber es gilt natürlich trotzdem nachzudenken, wie bekommen wir das gesellschaftlich hin. Witzigerweise sind diejenigen Jobs, die nicht verschwinden werden, übrigens die handwerklichen Jobs. Der Heizungsbauer, der Landwirt, der uns Obst und Gemüse anbaut, derjenige, der uns Häuser baut, der Maurer, der Zimmermann, diese Jobs werden nicht so schnell verschwinden. Denn die physische Welt, da ist KI noch nicht angekommen. Und Roboter sind mitunter sehr schwer zu programmieren, natürlich niemals so flexibel wie Menschen. Insofern betrifft es natürlich vor allem intellektuelle Jobs. Aber wie gesagt, technologisch ist das, was momentan passiert, unglaublich faszinierend. Es gibt viele rechtliche Fragen. Aber wichtig ist, dass wir diesen Fortschritt jetzt nicht komplett abwürgen in Europa, wie wir es schon oft getan haben. Und deswegen, ich kann es euch nur empfehlen, installiert euch mal diese GPT-Version auf eurem lokalen Rechner so vorn, der Rechner schnell genug ist. Ich habe hier jetzt einen sehr schnellen M1 Pro, MacBook Pro verwendet, so Ende 2021, Anfang 2022 gekauft. Also doch sehr schneller Rechner. Und deswegen war natürlich die Textausgabe entsprechend schnell. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde natürlich die ganzen neuen Models auch mal alle ausprobieren, als nächstes Wikuna. Und werde dann bestimmt mal wieder ein Update-Video machen. Aber so long, viel Spaß damit und bis bald. Und ich freue mich natürlich auf eure Likes oder wenn ihr ein Abo da lasst. Bis bald.